an der hydra sollten wir auf jeden fall vorbeikommen das problem wird dann eher dinge sein also wieder wie immer t soll es oder überhaupt zu t soll es zu langweil damit der waffe war mir da so stehen bleiben muss bietet die leider die gelegenheit sehr viel schaden zu nehmen auch wenn es die distanz waffe ist aber ach du hast es den letzten später in dir ich habe mich schon gewundert wo der ist fallen könnte weniger anhaben juhu deine angriffen die ablegen können lassen geht noch schutzlos das ist so geil aber nach was weiß was da macht man ja kann prophezeiung man kann es auch wieder verkaufen passt ja warum warum kommen denn so viele schatten dinge werden wir zu op wenn unsere schusswaffe hier was hat oder alles mit dem schutzlos wäre auch so gut gewesen aber vielleicht ein bisschen noch mal scheint ja gerade einen guten run mit athenes sachen zu haben was wo ja der ist auch nice ich dachte ich die göttlichen dinge werden beschissen aber die sind doch recht nützlich ein stopp haben ist haben ist es auch ein shop also also in deutschland und global das war kurz hat ja irgendwie dieses abdenken hat uns noch nicht so viel gebracht also dann vielleicht für die antwort falls aber was gebracht hat das sind diese homing schüsse die sind super ich fühle mich irgendwie super langsam also als ob diese sprint dinge noch so auch negativ sind aber eigentlich geht das nicht weil aber weil der effekt ja schon umgelöst wurde aber vielleicht liegt es auch tatsächlich daran dass ich fünf sprints gewohnt bin vom vorigen run haben wir uns so angriffe sind schneller noch eine sportladung ist ja machen wir zehn prozent angriff bis 100 münzen ja ich muss ja schnell machen und vergessen und ein download ist abgeschossen wunderbar 80 münzen stabil sie haben kaum leben aber stabil und ein geschenk dann kann man da auch einfach random rausbekommen dann lohnen sich die dinger tatsächlich super und sich super ja meine deutschartikulation sind nicht immer passend aber was soll's bis zu einem ihr seid bekannte gegner da machen wir erst mal das war ein reporter und einsteig die bosse sind nice das sind nette minibosse weil die sind halt auch recht fair und gut machbar weil ich muss sagen also generell die minibosse sind echt ok auch mit zwei leben überlebt ok das war aber auch eigene schuld weiß dann doch die meter bischte sich irgendwie mit allen göttern wow hartnäckige wurzeln und kein dings mehr hast ja hatten wir zwar schon mal die fähigkeit aber äh life hack immer nice und upgrades auch immer nice good to be back here majesty say tell me something there your royal majesty you know a lot of shades you wouldn't happen to know an orpheus would you spindly little thing whiny voice heard he's officially serving in your court making music daraus eine verdammte lüge der macht nämlich keine musik der macht nämlich keine musik natürlich weiß ich ob er es von mädchen warte, warum hast du das gefragt deine mädchen, hm? nur so lange wie du ihn nicht auf ihn auf jeden Fall betrachtest hat er mich nicht schon mal bezeichnet, hat er? hat er? naja, wenn er immer macht, sagst du ihm, ich bin großartig ich bin großartig ich bin großartig du hast es brillante riposte und flinke attacke ja und ja also wenn mal was abgelenkt werden wird und leben aber sehr gut ich sehe dich wieder bleib sicher was ein Kampf also gerade die Angriffsgeschwindigkeit, dass die noch mal ein Level bekommen hat oder selten halt super nice kommt her ihr Drecksäcke, wo seid ihr? oh guck aha oh das ist dann perfekt 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 ein Brunnen mhm achso einkaufen leben ja wir sind wieder relativ voll also so dreiviertel Hermes oder Job uuuhh schwierig sparen wir mal unser Geld aber wir sind jetzt schon bei der Hydra oje gut gib mal was nice das ist ja 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 kann nice sein kann wirklich nice sein ist wirklich nice don't you have something to say to me hallo oh ich hab aber hier können wir einfach drauf gelande ah dass man warten ist natürlich auch muss man nachladen wow warte mal das kann ich so aber nicht von dir oh god die muss man mit spezialattacken kaputt böllern uncool Bruder uncool ja immerhin haben wir irgend so nen komischen Schild und das mit Götterzähler ist ja ah ja ablenken hier richtig nice ja ausweichen ist ja auch ok oh sie hat gegen nen Turm geschmissen ha dumm Und unser Götterziel ist gleich voll. Oh, yeah. Ist das nice oder ist das nice? Wahrscheinlich ist das nice. Oh, das ist ja mal ein nicer Beistand. Und der hält an. Oh, ach so, stimmt. Wir haben die ersten drei Attackentreffer. Ja, Schutz. Das ist dieser Schild. Ja, defensiv sind wir auf einem guten Weg. Tatsächlich. Oh, boy. Wir sind richtig auf einem guten Weg. Und das ohne so wirkliche Dionysus-Sachen. Die Sachen sind halt auch wirklich, also die Gabel mit den... Okay, durchs Feuer haben wir es jetzt einmal verkackt. Äh, die Gabel ist trotzdem super nice. Also vor allem, die kann ich auch noch hochschufen und dann sind sie einfach noch mehr. Und größerer Beistand. Weißt du dich noch, ne? Oh. Au. Au, au, au. Da bin ich genau in die Sonne geflogen. Und das wollte ich tatsächlich, äh... Da wollte ich eigentlich wegflaschen, aber... Naja. Oh. Die geht. Auf steil Modus. Au. Ja, die vier sind auch ein bisschen scheiße. Die so rumdaschen. Ja, hab ich... Richtig kombiniert. Passt eigentlich alles.